Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 1, yay! So, jetzt machen wir natürlich die ganzen Bürger hier, retten und so. Wie beim vorigen Part schon erwähnt und gesagt und dann fangen wir mal gleich an. Ja, hi und dich auch noch, schade dich nicht mehr, dann eben nicht. Oder für euch alle anderen jetzt. Und mit dir fange ich gleich mal an. Und du kommst danach und du ebenfalls. Und da war noch eine, glaube ich. Genau, die kam noch dazu. Ich habe es geahnt. Die schalten wir mal so aus. Also, die. Ja. Der Zivilist war... Boah, wie viel kommen wir denn hier noch dazu? Was sagen? Hallo? Aber wie viel sind wir hier unterwegs? Was sagen wollte, der Zivilist stand auch gerade noch so geil vor meiner Klinge, ey. Dass sie nicht einfach komplett wegrennen. Machen sie ja auch. Aber manchmal meinen sie, vor mir noch zu stehen. Oh, und endlich geschafft. Der Herr sei gepriesen. Er hat mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Ja, ja. So, wo ist der nächste? Gleich in der Nähe anscheinend. Kann es sein, dass das die Wachen von den Bürger waren? Die kamen alle irgendwie vom Dach gesprungen. Wir können tun, was uns gefällt. Was wollt ihr? Äh. Na, na. Sag, du bist mir. So. Na, na. Komm. Komm zu Papa. Na, komm. Mach wer? Der will weg. Doch nicht. Aber jetzt ist er dafür weg. Jetzt kommt die wieder vom Dach oder was. Kann das angehen? Na, guck mal den. Ich sag das doch. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Bla bla bla. Also echt nach circa dem 15. Mal oder so, ähm, ein Bürger gerettet geht es nur noch langsam auf den Sack. Man kann das ja auch leider nicht wegdrücken von wegen. Ja, ich überspringe die Szene, wo er labert. Das kann man ja leider nicht. Und kann das sein, dass ich hier nicht langkomme, um den Bürger zu retten? Toll. Guck, hier komme ich nicht lang. Hier ist wieder die Mauer. Vom Animus und so. Hier komme ich anscheinend nicht lang. Moment. Ich versuche mal von da vorne irgendwie. Aber ich glaube, ich komme wirklich nicht um diesen Bürger retten. Dann lassen wir den. Jo. Komm, dann nicht hin. Ja, bin schon weg. Dann nehmen wir uns einen anderen Bürger. Und zwar die da ganz oben, die meilenweit weg sind. Oder erst mal den hier. Der bisher noch in der Nähe ist. Ja, dann lassen wir halt den einen Bürger in Ruhe, weil du hinter dieser, ja, Wand bist. Komm, das schaffst du. Wow. Nein, ich verstecke. Genau. Okay, jetzt da nach oben. Und dann müsste ich mich, glaube ich, gleich beim Bürger befinden. Der gerettet werden will, möchte, haben, tun, tun. Geh ich mal hier runter. Na, wie schaut's aus? Dreht sich um. Dreht sich wieder um. Und dann dreht er sich nochmal um. Sah ja auch geil aus. Und die Wachnahmen haben mich natürlich alle gesehen. Sehr geil. Was macht ihr denn aus dem Weg, bla, bla, bla. Und dann lassen hier alle ihre Vasen gefallen. Nö. Nö. Ich krieg dich, freu den Keks. Mann, ich komm hier nicht rein, dann muss ich, muss ich eben euch alle erledigen. Boah. Ja, ich bin ein guter Gegner, dann greift an. Oh Mann. Wie ich einfach mal konter. Ja, wenn du hier gerade so rumredest, dann zack, ne. Mann, ich hab eigentlich jetzt gar keinen Bock irgendwie die ganzen Leute hier auszukontern. Aber ich muss natürlich. Ja, was heißt muss? Ich könnte mich auch irgendwann schnell verstecken, aber das dauert ein bisschen zu lange. Na komm, greif an. Du wolltest doch gerade. Boah, dann nimm zu. Mensch, wie die auch nicht angreifen irgendwie wollen. Zack. Boah, weißt du was? Komm. Zeig, was du kannst. Oder irgendwas, was du nicht kannst. Was für ein Bauer. Du bist auch hier in so einem Bauer. Hier kriegst du einen Bauer mit einem Messer rein. Wo ist denn jetzt der Bürger? Wegen dem bin ich ja auch nur hier. Ey, was? Ja, da ist eine Nebenmission, aber wo ist der Bürger? Der macht seinen Laden hier dicht. Da ist eine Flagge vorne, oder? Ne. Ja, wo ist denn jetzt der Bürger? Der Bürger hat dich verlassen. Bitte tut mir nicht. Ach, der war gerade weg irgendwie. Die waren gerade schnell irgendwie McDonalds oder so. Jetzt sind sie wieder da. Haltet euch fern von mir. Und ich habe mich erstirrt. Und ich habe mich erstirrt. Ich habe dich. Ja, ja. Noch wer? Na klar, noch einer. Und noch einer. Komm, wir packen mal hier unseren Deutsch aus. Ja, komm, greif an. Du wolltest es eh jetzt gerade packen. Jetzt schwingen deine Klinge. Danke, endlich. Super. Und dazu noch. Komm, komm. Danke. Und da sind noch welche. Mann. Gut. Endlich. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen, damit sie wissen, wie sich ein wahrer Held benimmt. Blah, 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 Mr. Freeman und so. Was ist denn der nächste Weg? Ach, die sind da oben. Okay, den können wir nicht holen, weil unsichtbare Wand und so. Kennst du? Hast du schon gesehen? Nein, ich möchte auf die Leiter, liebe Alter, ihr. Alter, ihr. So. So. Und hier rüber. Perfekt. Und yay. Außenweg. Sorry. Waren die ganz schön aktiv. Hier. So. Deutsch ausgepackt. Jetzt könnte einer angreifen. Ich konnte schön. Zack. Und was mit dir? Rufmesser rein. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Bla. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen bin. Ihr habt mir einen großen Dienst gelassen. Seid versichert. Bla. Das vergesse ich nicht. Bla, bla, bla. Geht's da lang? Ja, Kamera, was ist? Ah, danke. Also nach da. Nix. Ich möchte den nächsten Bürger retten und ein paar Leute von euch erledigen. Nur das. Äh. Da geht's nicht lang. Da irgendwo. Da ist er. Hallöchen. Wie schaut's aus? Oh, schade. Ich dachte, den krieg ich noch ran. Der nimmt so. Und Wurfmesser. Und da kommt schon die nächste Wache da. Komm mal ne. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Möge der Allmächtige den Schuldigen verdrücken. Na komm, 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 komm aus dem Mikroßen. Mensch, was steht hier denn an Leute rum? Oh, der hat mich gleich die Wache. Nee, doch nicht. Da ist der nächste Bürger. Irgendwann da vorne. Nein, nicht da hochklettern. Warum auch immer du das gerade gemacht hast. Aber egal. Kann man so sagen. Ich bin schon da, meine Teuerster. Oh Mann, schade. Jetzt aber. Kannst du mal sehen. Alles Übung ein. Toll, jetzt da. Mann, zack. Warte, jedenfalls. Gut. Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ja. Bitte, bitte, würde ich mal sagen. Noch ein Bürger. Ja, da rechts und unten. Warum habe ich das? Den denn jetzt nicht hier mitgenommen, schnell. Boah, verfolgt der mich jetzt? Na klar, verfolgt der mich jetzt. Doch, doch, ich fliehe, aber. Mann, was schubst du mich denn? Du Affe. So. Nein, falsch, Alter, ja. Zack, und jetzt bitte da festhalten. Gut, auch nicht, denn da ist der Bürger. Juhu, da ist er ja auch schon. Ich. Äh. Frage, wo ist jetzt hier der Bürger? Der ist jetzt gerade weggefahren, einfach. Jetzt kann ich... Ja, toll, jetzt kann ich dir nicht sagen, so, hi, ich bin ein alter Irr, ich hab dich gerettet, wie schaut's aus? Ah, jetzt sind sie wieder da, gespawnt oder was. Ach, Mensch, da seid ihr ja halt wieder alle. Na komm. Und jetzt aber. Der Herr sei gepriesen, ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Ach, Mensch, kuscheln die da alle schön auf dem Boden, Mann, Mann, ist das süß. Ich glaub, das ist dann der letzte Bürger retten, oder? Moment, ich zoome mal rein hier. Zoom, 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 zoom. Den können wir ja nicht holen, wegen unsichtbarer Mauer und so. Bevor ein Ding, wie die Kommentare steigen, von wegen, boah, Mann. Ne, nicht von boah, Mann, boah, Mann, boah, ich hasse diese Leute. Nicht von boah, Mann, jetzt, boah, Mann, ich werd hier nur angerempelt von ihnen. Also ich meine, bevor die Kommentare steigen, von Leuten, die sagen, Zero, du hast da einen Bürger vergessen, also, das macht mich, ne, da werd ich sehr böse und so. Ja. Unsichtbare Wand und so, würd ich mal sagen. Da ist ne Flagge. Die hätte ich fast übersehen. Weil ich grad mir ja unten links irgendwie geguckt habe. Unsichtbare Mauer, unsichtbare Mauer. Geil. Ach, da sind sie ja schon. Habt ihr etwas zu sagen? Nein, ich bin nur ein armer Mensch, aber ihr greift mich sofort an. Oh. Äh, wat? Also, irgendwie... Bin ich jetzt auf dem Deskopf? Wollte ich schon mal so anwählen, ne? Und irgendwie hängt grad... Ja. Keine Ahnung. Kommt nix mehr. Also, wir sehen uns dann gleich wieder bei dem Bürger irgendwie. In der Hoffnung, dass er nochmal gespeichert hat irgendwann. Und ja. Dann bis gleich, wenn ich wieder Assassin's Creed 1 gleich starte. Bye, bye. Moment. Taskmanager hier. Was haben wir denn da? Äh, Assassin's Creed 1 hier. Task beenden. Ja, Programm schließen weg hier und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Bye, bye. Joho, und da sind wir wieder bei Assassin's Creed 1. Jawohl. Ja. Ja. Das Spiel abgestützt und so. Kennst du? Kennst du? Kennst du? Kennst du? Kennst du? Ich hoffe, kennst du. Dann machen wir nochmal den Bürger hier, den wir grad eben noch retten wollten. Bevor mir das Spiel abgekackt irgendwie ist. Warum auch immer. Ist mir schon irgendwie bei zweimal oder so passiert. Warum auch immer. Ah, Moment. Ich hab vergessen, irgendwie mal Assassin's Creed überhaupt zu patchen. Werd ich mal machen nach dem Part hier. Dann werde ich mal Assassin's Creed 1. Obwohl, das hab ich doch gemacht. Hab ich das gemacht? Keine Ahnung. Fragt mich nicht, wo ich langrenne. Ich bin gleich tot irgendwie. Ne. Sie bist zum Tode zu verteidigen. Ich dachte schon, ähm. Ja, mal gucken, ob ich gepatcht habe schon Assassin's Creed oder nicht. Ich glaube aber schon. Nein, egal. Kümmern wir uns jetzt um die, um den Bürger hier. Das wird das Letzte hier, was wir in dem Part machen. Und dann sag ich Tschüss, Tschüss und Bye Bye und HAUT DA REIN. Wie Eder hier. Ja, ja, kommt her. Ich bin unglaublich hier. Hier hast du, also hier hast du, danke. Endlich hat's geklappt. Und ich eben so noch, bäms und bämm. Der Herr sei gepriesen. Er hat mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Blub, 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 blub und wieder ein Blub. So, dann warte ich kurz, bis er abspeichert hier. Speichern mal schön. Speichern, da steht's unten schon. Und dann werde ich den Part beenden. Und da sehen wir uns beim nächsten Part von Assassin's Creed 1 wieder. Äh, nach den zwei Wachen. Nach den zwei Wachen. Und dann werde ich den Part beenden. Mit der versteckten Klinge-Action. Oh ja, mit der versteckten Klinge-Action. Ich spreche mit der versteckten Klinge-Action. Und dann danke. Noch ein. Versteckte Klinge-Action. Komm. Na komm. Das kostet dich den Kopf. Bam, bam. Bleib weg von dir. Ach, jetzt fischen hier schon. Okay. Na egal. Dann sag ich mal Bye-Bye und Tschüss, Fisch.